Ja, also mein Innenarchitektenherz weint natürlich auch, aber ich habe gar kein Innenarchitektenherz. Vielleicht hat das der eine oder andere schon vermutet. Bis dahin. Ja. Es ist nicht so, wie sich der Künstler das gedacht hat, aber das macht nichts. Ich weiß nicht, ob sie die Plausibilität verbessert haben, weil Farbe, da kommt es ja auf die Fläche an und nicht darauf, wie viele Teile es sind. Naja, wir werden es sehen. Aber das ist das Nervige, dass diese kleinen Flickerteile genauso viel Farbe brauchen, wie die ganzen Bahnen. So. Hier ist ja gerade richtig Betrieb. Hallöchen. Alle schauen zu und keiner sagt was. Ist aber schön. So. Fertig, oder? Ja. Würde ich sagen. Weg damit. Weg damit. So. Tadadam. Ja. Nochmal. Nein. Erst montieren. Jawohl. Und nochmal. Bam, bam. Also, über Geschmack lässt sich ja gut streiten, finde ich mal. so Lichtschalter. Lichtschalter. Elegant. Hm. Klimaanlage. Uh, ja. Ähm. Ja, die sieht doch da überall scheiße aus. Weil über der Tür geht. Ah. Klimaanlage ist lange her. Stimmt ja. Aber ich glaube, die haben sie auch einfacher gemacht. Ja, man muss es gar nicht mehr richtig machen. Ah. Ah. Warum muss das Grüne nicht verbunden werden? Ich frage nur für einen Freund. Ah. Okay. Die Reihenfolge war mir so jetzt nicht bekannt, aber gut. Aha. Ah, da. Ja. Sehr schön. So. Möbel wählen. Deckenlampen. Hm. Was passt denn hierzu? Natürlich. Komm. Mittleres Segment. Mhm. Ah. Jetzt geht das wieder los. Gut. Innentüren. Mhm. Mhm. Hm. Ich glaube, die sind ja alle ... Ach komm. Hermes. Ich hab jetzt ... passt. Ja, das passt. Behauptet er. Sessel. Und nehmen wir den Puff. Oh. 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 Was will er da? Hm. Nachttisch. Der passt. Überhaupte ich. 2. Ich hab's mal wieder falsch gemacht. Machen wir das einfach als Kleiderkommode vorne dran. So. Tisch oder Sessel? Tisch. Ich mag diese. Ich mag diese. Das rede ich auch schon wieder. Kaya. Naja. Der ist nicht billig, aber der passt farblich ideal. Das ist seltsam. So. Wir nehmen den dekorativen Teller. Hallo? Ach, stehende Deko. Gut. Noch was? Na, kleinen Teppich. Genau. Dahin. Zack. Völliger Quatsch. Ähm. Nochmal? Nochmal. Nein. Was? Währendekoration. Ah, hier noch. Gut. Hm. Ach komm. Sonnenaufgang ist immer gut. Direkt übers Bett. Jetzt sind wir fertig. Ich merke gerade. Hey. Wie immer sieht es bei mir ein bisschen nach Abstellkammer aus, aber es ist eine schöne Abstellkammer. So. Das da ist doch jetzt nicht ernst, oder? Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte mal. Ja. Ah. Reinigung der Verschmutzungen. Wo ist denn hier? Ah, da war dreckig. Da war dreckig. Gut. Fertig. Ah ja, gut. Wandfliesen. Na, erstmal die da. Wir müssen das wirklich ganz machen, ja? Okay. Okay. Das machen wir nochmal. Komm her auf. Komm her auf. Na. Ich finde es ja schon recht edel, dieses Modell. Nicht das Modell, sondern diese Sorte. Das geht ja relativ schnell voran. Okay, doch machen wir die Seite einfach weiß. Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Oder meinst du damit ein Paket mit Fliesen wird nicht schlecht? Das ist auch richtig. Super. Nehmen wir mal die Bodenfliesen. Und die... Nein, 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 nein. Die Badezimmertür... Oh, Entschuldigung. Fertig. Schönes Zimmer mit nem... Naja. So, zwei Zimmer fertig. Ach genau, ich verstehe es ja immer noch nicht. Streiche mit der Farbe weiß. Überall? Ja. So, da können wir eigentlich... Nein, Quatsch. Was sagst du da? Streiche mit der Farbe weiß. Das sollte das alles auch noch heller machen. Beziehungsweise, wo ist da der Lichtschalter? Ich sehe gar nichts. Naja, gut. Okay. Danke. Babadaba... Ja, da wird das gleich auch schon wieder alles viel, viel heller. Wow. Der Jazz. Der Jazz. Bababababa. Der Jazz geht ab. Oh Gott, hier pfeifen sollte ich vielleicht sein lassen. Echter Helge Schneider Jazz fast, oder? Naja, gut. Nicht ganz so lustig wie Helge Schneider Jazz, weil den Humor... Selbst wenn sein Jazz brillant ist, den Humor, den hört man bei Helge Schneider ja immer durch. Finde ich mal. Was aber auch nicht nur nicht stört, sondern sogar richtig gut ist. Ich mag den Mann. Schon... Ja, was soll ich sagen? Auch ich bin vor Katzenklo und Texas nicht auf ihn aufmerksam geworden. Aber seitdem mag ich ihn. Also ich bin jetzt kein hier großer Helge Schneider Vorreiter. Also von wegen... Ja, ich habe den entdeckt. Haha. Ich war schon Helge Schneider, als es noch nicht cool war. Nein. 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 Bin ich nicht. Tada. Da... Gibt es ja so Leute. Hm. Warte mal, ist das überhaupt... Ähm... Geht da die Prozentzahl hoch? Ja. Also ist es richtig. Das wird... Wow. Das wird schon ein bisschen was. Aber es wird jetzt heller. Das ist gut. Gut. Draußen wird sie dort auch bald heller. Wir haben jetzt schon wieder eine Nacht durchgearbeitet. Okay. Sehr speziell. Komm, lass mich doch. Ich weiß halt nicht, wie weit er das haben will. War das oder war das nicht? Ja, immer noch gut, ja. Ja. Solange die Prozentzahl steigt. Hm. Ja. Ja, gut. Hier nicht. Ah, hier geht es weiter. Gut. Ah, ne. Hier ist auch weiß. Okay. Aber was ist... Ah, hier. Doch, dann geht es da weiter. Ja, gut. Wir werden es sehen. Ja, das ist auf jeden Fall mal richtig. Solange die Prozentzahl noch steigt. Das ist nicht so. Wie sieht? Wie sieht der innen von der Stückchen hin? Also, wer weiß ja nicht. Ja, das ist ja. Ich glaube, wir müssen gleich noch auf Bender eingehen. einziehen, weil irgendwie... Oh, das hat genau gepasst. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es gleich. Ja. So, erstmal bis dahin. Und jetzt einfach da, wo weiß gestrichen ist. Okay. Aha. Eins. Wo? Ach, da. Nein. Nein. Äh, hier. Das war's. Gut. Okay. Alles andere ist fertig, ne? Ich muss nur noch Sachen kaufen. Dann würde ich sagen, schnappen wir das Ding und machen's hier rein. Da hakelt's auch ein bisschen. Das hat sich ja gelohnt. Gut, es war ja noch einmal voll. Gut, nein, nein, nein.